Musik Hallo und willkommen bei Spieldinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr da reinschaut zur zweiten Folge von die Regalkiller-Spiele, die euer Regal sprengen werden, sowohl als auch vom Gewicht, der Größe oder eben den Abmessungen. Wir hatten letztes Mal eigentlich relativ große und schwere Spiele dabei, aber es gibt auch kleine Spiele, die euch das Leben schwer machen können. Einfach Spiele, die aufgrund ihrer seltsamen Form nicht in jedes Regal passen oder einfach sagen, Leute, wenn ich das da rein stelle, dann kriege ich statt vier nur noch ein anderes Spiel rein und die möchten wir euch heute vorstellen. Genau, heute geht es also eher um Form. Wahrscheinlich werden sie nicht wirklich groß im Ranking auffallen. So viel können wir schon mal voraussagen. Ja, und der erste Titel ist eher, glaube ich, ein Spaß-Titel, aber wir fanden es witzig, weil es wurde im Quiz-Duell genannt und wir mussten so herrlich lachen, weil da ging es ja auch um diese Spiele, wo nicht ins Regal passen. Und da wurde ein Spiel genannt und wir dachten, okay, das ist absolut ein Schock und mit dem wollen wir heute anfangen. Und zwar, was passt nicht ins Regal? Ja, Lacki Lacks! Und ihr denkt jetzt, hä? Wie kann dieses Spiel nicht ins Regal passen? Ja, es fängt zum einen schon mal an, ist halt so eine Form, die ist, wenn ihr alles so wie hier stehend lagert oder was auch immer, da macht euch dieses Lacki Lacks das Leben einfach ein bisschen schwerer. Genau, aber zu dem kommen wir erst. Wir kommen jetzt erst mal, was genau ist denn Lacki Lacks? Ja, Lacki Lacks ist definitiv ein Partyspiel. Das holt man noch kurz raus, zum noch den Abschluss vom Abend zu machen. Also es ist wirklich definitiv eher ein schnell gezocktes Spiel, hat wirklich keine Regeln, Partyspiel an sich. Lacki Lacks! Genau, so ist das natürlich Programm. Ihr müsst Karten ziehen. Jetzt wusste ich, was er von Lacki Lacks hat. Genau, ihr schreit einfach an verschiedenen Sachen, die ihr machen müsst. Lacki Lacks, Lacki Lacks, dann müsst ihr einen finden, der auch Lacki Lacks hat. Und ist halt ein Spaßspiel. Und ich würde sagen, das ist auch der nächste Punkt, was zeichnet Lacki Lacks aus? Es ist einfach ein wahnsinnig dynamisches Spiel mit null Regeln, ein perfektes Partyspiel, was auf jeden Fall eine gewisse Art von Kondition, Lautstärke voraussetzt. Platz, den ihr am Spieltisch, beziehungsweise ihr müsst zu dem Spiel stehen. Ich würde sagen, das zeichnet Lacki Lacks aus. Genau, jetzt schauen wir einfach mal in die Schachtel, vielmehr in die Verpackung rein. Ja, wir haben gar nicht viel Inhalt. Es sind einfach ein paar Karten. Wir haben noch eine Regel. Wir haben hier verschiedene Karten und ihr seht schon, es gibt verschiedene Farben. Das heißt, jeder bekommt eben sein Deck und dann geht es los. Es geht dann immer so High Five, High Five, High Five, High Five, High Five. Und dann läuft die Karten weglaufen. Dann habe ich abgeklatscht, kann ich sie wegwerfen. Dann habe ich Tauschrausch, Tauschrausch, Tauschrauschrausch. Tauschrausch, das war glaube ich, musste den Platz wechseln. Genau, und ihr merkt schon, bei Tauschrausch, das kann man nicht so aussprechen. Also nicht Tauschrausch, sondern Tauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschrauschra Teil 2, da kann noch einiges passieren, aber momentan würde ich sagen, wenn es nur ums Gewicht geht, führt Lucky Lacks. Ja, Leichtgewicht. Lucky Lacks hat auch schicke Abmessungen. Wir haben immer den höchsten Punkt gemessen, weil ihr müsst ja auch diese Schwanzförse ungebogen ins Regal bekommen. Und da haben wir eine Abmessung von 22 cm auf 14,5 cm und schlanken 5,5 cm hier. Genau. Wie das Ganze im Regal aussieht, möchten wir euch noch zeigen. Also da haben wir wieder was vorbereitet und das zeigen wir euch jetzt. Ja, mit dem Preis hat es sich ein bisschen schwierig gestaltet, denn wir glauben, dieses Spiel ist out of print. Also ich habe mich wirklich schwer getan, hier einen Preis zu finden bei Cosmos selber auf dem Shop in der Homepage. Ist es gar nicht mehr gelistet, ich habe es nicht gefunden. Ansonsten habe ich halt mal hier und da geschaut und komme jetzt auf einen Preis von 12,99. Den würde ich so einloggen. Den loggen wir so ein. Ich glaube, dass Lucky Lacks sehr schwer haben wird, wie Melle schon gesagt hat, in ein hohes Top-10-Ranking reinzusteigen. Folge 2, es wird auf jeden Fall Platz 6 belegen oder mindestens Platz 6, das kann man schon mal sagen. Machen wir mit dem Board Game Geek Ranking weiter, weil auch das fließt ja so ein bisschen spaßmäßig mit in das Ranking ein. Und Lucky Lacks typisch, es wäre auch eine 7 unter 7 vielleicht wert. Es hat nur eine 6,7 bei Board Game Geek, ganz klar, einfaches Partyspiel. Die haben es da immer schwer. Ja, wobei ich sagen muss, 6,7 ist schon nah an der 7. Absolut, da gibt es andere kleine Partyspiele, die da wesentlich schlechter abschneiden. Genau, also der erste Part ist jetzt abgedreht, jetzt gebe ich mal an dich weiter und zwar mit dem zweiten Spiel. Und dieses wird jetzt schon interessanter werden, würde ich sagen. Genau, weil jetzt haben wir ein Spiel, welches wirklich durch seine Form Probleme bereiten könnte. Ja, zumindest wenn ihr wie wir die Kallax-Regale habt und Läger seid, denn wir haben hier ein relativ außergewöhnliches Spiel und zwar ist es Seven Gods, eine dreieckige Spielschaft. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, das wird vermutlich für Probleme sorgen. Sehen wir nachher aber nochmal genau, wenn wir uns das Ding im Regal angucken. Viele sind ja auch direkt auf dieses Spiel gekommen. Richtig. In der ersten Folge so, hey, ihr hattet doch mal so ein Pyramidenspiel, oder? Richtig. Ja, hatten wir, haben wir immer noch. Genau, dann machen wir doch einfach gerade mal mit, ja, worum geht's oder was ist Seven Gods? Es ist eigentlich ein Spiel, bei dem es darum geht, dass wir eine von sieben Gottheiten vertreten, eine ist immer nicht mit im Spiel enthalten. Und wir werden über Karten Plättchen auf den Spielplan bringen und uns so ausbreiten. Diese Götter, die haben alle noch Spezialfähigkeiten. Es gibt eine Handvoll oder eine mehr als nur Handvoll Würfel, mit denen wir eben diese Aktion triggern werden. Und ich glaube, das ist auch das, was so dieses Seven Gods so ein bisschen auszeichnet. Es ist halt einfach wirklich verrücktes Spielmaterial, nicht nur hier von der Packung, sondern auch im Spiel selber. Es geht bis zu sechs Spieler. Und sollen wir mal reingucken? Ja, natürlich, gucken wir doch einfach mal rein. Mal gucken, dass ich im Bild bin. Ich bin, so bin ich im Bild. Es ist selbst auf der Kamera schon ein Kamerakiller. Gucken wir mal rein. Auch hier alles hat diese geometrischen Formen, sowohl der Spielplan als auch. Der Spielplan, und nein, es ist nicht alles dieser Spielplan, sondern dieser Spielplan ist echt wirklich groß. Wahrscheinlich können wir ihn ganz... Es wird so ein Hex, glaube ich, ist es ein Hex. Hier, also wir können ihn fast nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ihr seht mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Hallo, ich bin hier. Ja. Es ist schon ganz schön ordentlich, und ihr seht auch hier, hier sind wieder die Dreiecke überall vertreten. Also es ist auch schon besonders das Spiel an sich. Und es hat natürlich, passend dazu, eine dreieckige Spieleanhaltung. Es ist wirklich ein bisschen verwirrend, wenn ihr das erste Mal da drin rumblättert. Wir haben natürlich hier die Karten, hier sind die Würfel, von denen ich gesprochen habe. Natürlich sind auch diese dreieckig, also es sind W4s. Das macht das Ganze dann natürlich ein bisschen besonders. Hier sind noch die Spielplan-Teile, auch wieder in Dreiecke aufgeteilt, die wir da reinlegen können. Ja, also ich finde, das Spielmaterial ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Das passt zum Gesamtpaket von dieser Form. Ja, es hat ein schniekes Gewicht. Das ist wirklich, man denkt sich, ja, das wiegt ja fast nichts. Doch, es bringt ein Gewicht auf die Waage, aber schaut doch mal selbst. Also ihr habt da ein gutes Kürbisgewicht, sag ich mal, auf der Waage mit 1,75 Kilo. Hat also schon sein Gewicht. Und die Abmessung. Und Abmessung ist natürlich auch wichtig. Und da habe ich jetzt wirklich einfach mal die Breite genommen, den höchsten Punkt wiederum. Wir haben eine Breite von 37,5. Wir haben eine Höhe von 33 Zentimeter und eine Tiefe von 7,5. Auch gar nicht so ohne dieses Format. Ich möchte euch jetzt kurz in dem Video zeigen, dass dieses Format Fluch als auch Segen sein könnte. So, ihr seht, wenn ihr wie wir eigentlich Läger seid, wie ihr hier drüben irgendwo sehen könntet, dann habt ihr ein Problem, zumindest bei dieser Art von Regalen, die wir benutzen. Wenn ihr Steller seid, dann geht das Ganze natürlich so noch in diese Art von Regal rein. Ansonsten kann man es vielleicht oben aufs Regal stellen. Ich finde aber schon, das ist so eine Form, die ist ein bisschen speziell. Da sagt ihr euch, puh, ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das reinkriegen soll. Und selbst wenn ihr sagt, ich möchte es einfach nur optisch in einem sehr langen Regal. Klar, dann könnt ihr es irgendwie so reinstellen. Aber es ist eine besondere Form und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall hier mal zeigen. Was kostet denn das Ding? Ja, kosten tut es ganz schön viel, muss ich sagen. Es war schwierig, hier einen Preis zu finden. Ich habe aber einen deutschen Shop gefunden, um genau zu sein, Fantasy-Welt. Und er hat es für 71,99 gelistet. Und das ist sogar noch der günstigste Preis, den ich gefunden habe. Okay. Aber man muss auch sagen, es ist wirklich ein kleiner Verlag. Das sind wahrscheinlich die Auflagezahlen relativ niedrig gewesen. Und durch die Form und Material und, und, und hat es eben diesen Preis ergeben. Genau. Was sagt denn Boardgame-Geek dazu? Also was ist das Boardgame-Geek-Ranking für dieses Spiel? Auch das Spiel ist, seltsamerweise, obwohl es ein cooles Material hat, gar nicht so hoch gerankt. Denn es hat nur eine 6,9 im Boardgame-Geek-Ranking. Nein, eine 6,8 sogar. Eine 6,8 sogar. Eine 6,8 nur. Ich denke, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das Spiel eben nicht so groß da draußen vertreten ist. Dann werden wenige wahrscheinlich auch dafür abstimmen. Deswegen eine 6,8. Aber es ist ja schon fast an Seven Gods, also an der 7 dran. Genau. So. Letztes Spiel. Wir dachten, wir haben jetzt so eine Art von Form, also eine plastische Form wie ein Tier. Wir haben eine dreieckige Form. Und was fehlt uns jetzt noch, Melli? Eine? Was Rundes. Was Rundes. Da gibt es ja diverse Rundeformen. Wir möchten euch heute mal was Besonderes vorstellen, weil es einfach ein besonderes Spiel ist. Und ich sage, Melli, zeig mal her das Ding. Ja, ich bring's mal hierher. Und es ist ein Zylinder, würde ich sagen. Eine Röhre, ein Zylinder, was auch immer. Ein rundes Spiel. Und ihr seht sofort auf den ersten Blick, ja, auch das könnte euch das ein oder andere Problem bereiten. In Junk Orbit, was ist Junk Orbit? Das ist zum einen Spiel, welches nie auf Deutsch erschienen ist. Es ist ein Familien-Kennerspiel, bei dem es darum eigentlich geht, dass wir Pick-up-and-Deliver-mäßig Junk-Müll verteilen, verbreiten, an spezielle Orte in der Galaxie bringen. Es wird in verschiedenen Phasen gespielt. In der ersten Phase, da werden wir diese verschiedenen Junk-Teile, also diese Müll-Teile, die wir haben, in eine Richtung, entweder links oder rechts rum, bewegen. Da kommen die dann eventuell schon an ihrem Ziel-Raum-Hafen an. Dafür gibt's Punkte. Wenn nicht, muss ich in der nächsten Phase mein Schiff in die gegengesetzte Richtung und genau die gleiche Menge wegbringen. Da könnte ich dann wieder Müll abladen und ich kann ihn wieder aufladen, um ihn woanders hinzubringen. Und so spielt ihr hier eigentlich ein relativ witziges Spiel, was die Mechanik angeht. Junk Orbit, schade, dass das Ding nie auf Deutsch gekommen ist. Wir haben dazu mal ein Video gemacht, ein sehr altes Video. Falls ihr reingucken wollt, selber schuld. Finde ich sehr schöne Anmoderation. Natürlich wollen wir euch den Inhalt auch nicht vorenthalten. Ich zeige euch nochmal die Box. Also ihr habt hier wirklich so eine runde Box. Ihr könnt es wahrscheinlich, ja, es könnte sich vielleicht einpendeln. Also ihr könnt es vielleicht so lagern, keine Ahnung. Wir machen jetzt mal die Box auf und ihr seht schon, es ist halt eine volle Röhre. Wir haben hier diese verschiedene Planeten. Wir haben diese Blättchen dazu. Natürlich hat jeder noch ein Raumschiff. Jedes Raumschiff hat noch eine Besonderheit. Also da könnt ihr vielleicht auch noch so ein bisschen Glück oder Pech damit haben. Ja, die Anleitung ist natürlich durch das, dass sie immer rund gelagert wird, etwas rund gebogen. Da müsst ihr damit klarkommen. Vielleicht über die Nacht einfach unter einen Bücherstapel oder Spielestapel klemmen. Und schon könnt ihr es ja lesen. Ja, und das ist schon der Inhalt von diesem ganzen Almer. Genau, also ich finde die Verpackung wirklich super witzig. Das war auch ein Punkt, den ich damals als Spiel gesehen habe. Dachte mir, witzige Verpackung. Ach Mist, die kriegst du ja nirgend unter. War dann der nächste Gedanke. Ja, wie das Ganze denn... Erstmal Gewicht, Leute. Was liegt denn diese kleine Schachtel, diese kleine runde Box? Ja, ein Dreiviertel Kilo. Also 750 Gramm. Ein Dreiviertel Kilo. Ihr seht, die kleinen Gewichte sind heute mit im Rennen. Auch das Spiel wird hier wahrscheinlich keinen Top-10-Platz einnehmen können. Ich zeige euch aber einfach mal, was das Problem im Regal sein könnte. Und schaut mal selber. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das ganze Ding im Regal aussieht. Wir haben schlanke Abmessungen. Wir haben 18 Zentimeter Höhe. Also die Höhe ist nicht unbedingt das Problem. Aber wir haben eben einen Durchmesser von 15 Zentimeter. Das wird eher problematisch werden. Genau. Was kostet denn der Spaß? Also vielleicht kostet das Ding ja ein Vermögen, weil es nicht auf Deutsch gibt. Und es kann da sich mit irgendwie in die Top-4 reinkatapultieren. Was kostet so ein Spiel? Ich muss sagen, es ist schwer, das Teil zu bekommen tatsächlich. Ich habe den letzten Stand gefunden als unverbindliche Preisempfehlung von 35 Euro. Okay, ist jetzt nicht billig für so ein rundes Spiel. Aber es ist, glaube ich, angemessen einfach. Es ist für die Art von Spiel angemessen. Wobei es für die Zeit, das ist schon ein bisschen älteres Teil, glaube ich, auch schon ein ganz guter Preis war. Board Game Geek. Board Game Geek. Hier hat es auch leider keine 7 erreicht. Aber es ist wirklich so minimal. Drunter ist eine 6,9. 6,9. Ja, also schade drum, weil es ist ein witziges Spiel, hat tolles Spielmaterial, ist knallebunt. Nur eine 6,9. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das Ranking verschieben wird. Ich vermute mal, in den Top-3 wird sich gar nichts tun. Dafür waren das einfach zu krasse Vorlagen, die wir euch da schon in der ersten Folge gegeben haben. Aber ich bin gespannt, welches dieser drei Titel sich jetzt auf Platz 4, 5 und 6 einpendeln wird. Das seht ihr aber jetzt ja gleich hier oben selber. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Reinschauen. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit diesem Video. Wir haben schon die ein oder anderen Spiele in petto, was wir euch vorstellen möchten. Und ich glaube, wir könnten da sogar ein Spiel dabei haben, welches wir uns ausgeliehen haben, was Chancen auf Platz 1 hat. Das lasse ich aber noch so ein bisschen hier, um die Spannung hochzuhalten, für die nächste bzw. übernächste Folge wahrscheinlich sogar hier im Schrank stehen. Ja, also das Ding wird wirklich alles wahrscheinlich knacken. Zeit gespannt drauf, verfolgt einfach dieses Format weiter. Vielleicht sagt ihr, ja, jetzt habt ihr ja hier schon 7 Gods reingehauen, aber ich habe da noch was ganz Besonderes. Natürlich dürft ihr gerne Kommentare drunter schreiben und auch uns privat anschreiben und sagen, hey Leute, das Spiel, das darf definitiv nicht fehlen. Ich will wissen, wo das genau im Ranking landet. Dann schreibt uns einfach an. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und wenn es noch nicht passiert ist, auch gerne ein Abo da. Genau, jetzt muss ich leider was reinwerfen, was ich am Anfang leider vergessen habe. Ich wollte nämlich, weil es natürlich schwer ist, dieses Spiel überhaupt zu ranken und es nicht ganz so chancenlos sind, habe ich mir überlegt, wir machen für spezielle Formen einen Sonderpunkt dazu. Wir haben ja diese Punkte noch eingeführt mit, wie wir das bewerten. Spaß ist halt natürlich, es ist kein Real Ranking, aber ab jetzt werden wir hier diese Formen anhand, wie scheiße sie ins Regal passen, zwischen 1 geht so, bis 20, oh mein Gott, noch werten und so fließt hier noch so ein bisschen mehr Bewertung mit rein. Also kannst du vielleicht auch mal so ein Lucky Lacks im Platz 35 schaffen. So, das war es jetzt. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.